Dich sehr, sehr, sehr für Introducing, auch alle im Recording jetzt, beziehungsweise auch an alle Leute hier im Recording, ein herzliches Willkommen, vielen Dank, wie gesagt, für euer Edifying, es hat mich sehr, sehr, sehr gefreut, auch danke für die Einladung hier heute auf dem Call, ihr habt wirklich unglaublich wichtige Infos bereits schon bekommen, auch ein paar Dinge, auf die ich mit Sicherheit persönlich auch noch eingehen werde, wie Budapest oder vor allem auch das Event mit Alex Morton, was für mich mit Sicherheit nicht nur das Event an sich, sondern die Tour mit Sicherheit eines meiner Highlights sein wird, überhaupt in meiner Network-Marketing-Karriere, das kann ich euch ganz ehrlich sagen, das meinte ich zu Richard, als Alex mir geschrieben hat und mich gefragt hat, ob ich auf Tour mit ihm gehe, da war ich richtig so, das ist so irgendwie neben einem anderen Punkt der letzte große Punkt auf meiner Bucketlist gewesen, was so Network-Marketing angeht, was ich unbedingt noch machen wollte, mit Alex einfach auf Tour zu gehen, weil Alex Morton war für mich von Anfang an, von Tag 1 weg, das größte Idol überhaupt, er hat mich unglaublich inspiriert, von Tag 1 weg, seitdem ich 2015 in der Industrie gestartet bin und Videos auf YouTube von ihm gesehen habe, wie er in Amerika Events gemacht hat mit ein paar hundert, dann später tausend Leuten und das alleine am Anfang, das war sehr, sehr inspirierend, weil er war der Erste wirklich Große, der das so gemacht hat und das halt eben, wie gesagt, vor zehn Jahren jetzt mittlerweile schon. Ich mache das Ganze ja jetzt auch schon mittlerweile seit eben fast zehn Jahren, seit 2015, als ich im Network gestartet bin. Ich war damals 18 Jahre jung, Leute, jetzt bin ich 27, habe damals, als ich das Ganze kennengelernt habe vor neun Jahren, eine Ausbildung ganz normal gemacht und mir im Prinzip einfach nur mit dieser Möglichkeit das allererste Mal gesehen, dass es was gibt im Leben, wo ich im jungen Alter anfangen kann, die Dinge selbst in die Hand zu nehmen. Und was meine ich damit? So, davor war für mich klar, wenn ich in meinem Job mich hocharbeiten möchte, dann bin ich immer irgendwo auch von meinem Chef abhängig. Ich bin immer irgendwo davon abhängig, dass mein Boss mir dann auch diese Gehaltserhöhung gibt und mich auch aufsteigen lässt, weißt du, wie ich meine? Und dann habe ich Network Marketing plötzlich das allererste Mal kennengelernt und habe gesehen, dass es einen anderen Weg gibt, dass es eine Möglichkeit gibt, wie ich das selbst entscheiden kann. Und damals war das noch nicht so, wie es heute ist, weißt du, wie ich meine? So, damals hat man Facebook und Snapchat noch genutzt, so, da gab es nicht mal Instagram, so, da gab es kein TikTok, so, da, also Instagram gab es schon, aber das war nicht so, wie heute, weißt du, ich meine, Instagram wurde damals nicht so genutzt, 2015, wie es heute genutzt wird. TikTok war überhaupt noch nicht der Rede wert, das hieß damals sogar, glaube ich, noch Musical.ly oder so. Also, das waren noch ganz, ganz andere Zeiten. Dropshipping war gerade so am Anfang, weißt du, ich meine, wenn da jemand Dropshipping gemacht hat, dann war das so, wow, krass, erzähl mal, wie genau funktioniert das? So, wißt du, ich meine, als wir Dropshipping bei IAM reinbekommen haben, hast du Leuten noch erklärt, wie Dropshipping funktioniert. Jetzt gefühlt jeder weiß, wie Dropshipping ist oder hat zumindest schon mal davon gehört. So, es ist nichts mehr Neues, wißt du, wie ich meine? Aber es waren damals ganz, ganz andere Zeiten. Das heißt, damals ein Online-Business zu starten, was zu machen als junger Mensch außerhalb von Ausbildung, Schule, Studium und sonstigen Geschichten in der Form, war halt noch untypischer, als es heute ist. So, ich meine, es ist vielleicht bei euch noch heute so, dass ihr Hate von außen bekommt oder sonst was oder Leute das nicht so ganz wirklich verstehen oder so. Da fühlt man sich plötzlich alt. Ja, Marcel, was glaubt, wie soll ich mich denn jetzt fühlen? So, aber das war ganz, ganz anders. Ich meine, da habt ihr jetzt auch noch diesen Hate von außen, aber damals war das mit Sicherheit noch viel, 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 viel extremer, weil es noch viel untypischer war. Es war noch viel unnormaler, sowas zu machen. Und womit ich halt damals gestartet bin, ist, wie die meisten von euch wissen, Supplements, Nahrungsergänzungsmittel und solche Geschichten, genau dieselbe Firma wie die, in der auch Alex Morton gestartet ist, in der Jason Brown, Matt Rosa die erste Firma hatten. War von uns allen dieselbe erste Firma. Und damals kannte ich die aber alle noch nicht. Alex halt dann schon. So, weil Alex war damals, und das ist auch der Grund, warum Alex mittlerweile so erfolgreich ist und warum er so groß angesehen wird. Also, ihr müsst euch vorstellen, Network Marketing war vor einigen Jahren noch eine Industrie, die vor allem ältere Leute gemacht haben. Und mit älteren, und damit, ich gehe selber auf die 30 zu, aber ich meine so 35 plus, 40 plus, so, das war so, das haben Network Marketing Leute gemacht. Keine 20-Jährigen, so, wisst ihr, ich meine, ein 40-Jähriger ist gegen einen 20-Jährigen älter. So, Punkt. Das haben keine jungen Leute, die gerade irgendwie, wisst ihr, ich meine, gerade erwachsen geworden sind. Also, die haben kein Network Marketing gemacht. Das gab es nicht. Und dann kam Alex Morton damals mit der YPR, ja, das stand für Young People Revolution, also junge Menschenrevolution quasi. Und mit der Young People Revolution, mit der YPR hat Alex das allererste große, große Movement im Network Marketing erschaffen quasi, wo wirklich, ja, junge Leute einfach das erste Mal in dieser Industrie waren. Und ich selber damals war auch Teil der YPR, aber ich war nicht bei Alex Morton im Team. Das musst du dir mal vorstellen, wie groß das in dieser Firma damals war. Es war so groß und es war so geil für jeden, dass du, dass du das, das Movement mitgetragen hast, egal, ob du in der Struktur warst oder nicht. Ich hatte nicht mal eine Ahnung, wo ich genau war, so, ich weiß nicht mal, ob meine Uplines das wussten. Es war aber auch völlig egal. So, du hast einfach gemacht, du hast es enjoyed, du hast es genossen, du warst dankbar dafür, dass was da war. Und es gab nicht so viel, so, jeder muss sein eigenes Ding haben und sonst, weißt du, ich meine, ganz andere Zeiten. Und ich sage auch nicht, dass es jetzt schlecht ist oder so, aber ich will euch nur so ein bisschen abholen, euch so ein bisschen mitnehmen, so wie das, wie das damals war, wo ich gestartet bin, warum auch Alex mittlerweile diesen Namen hat, den er hat, weil Alex einfach durch die YPR und durch dieses Movement, durch diese Revolution, Alex selber war auch jung, ne, er war selber erst Anfang 20. Naja, was machst du? Ich hatte das so oft in den letzten knapp zehn Jahren, dass gerade Leute, die dann vielleicht 35, 40 sowas waren, gefragt haben, so, warum haben wir so viele junge Leute bei euch? Dann sage ich, naja, ich war einer der Ersten, so, und als ich gestartet bin, war ich 18. So, als ich bei IEM gestartet bin, war ich 20. So, mit wem soll ich arbeiten? So, glaubst du, ich kenne einen Haufen 35, 40-Jährige? Schwierig. So, natürlich kenne ich Leute in meinem Alter und deswegen hat sich das so entwickelt, dass die Leute jung waren. Und genauso war es bei Alex Morton. Und er hat es geschafft, dass er mit der YPR und mit der Firma damals ein so unglaublich großes Movement erzeugt hat und so unglaublich viel Welle gemacht hat, dass viele, viele, viele junge Menschen einfach darauf aufmerksam wurden und so das erste Mal in Smart Work Marketing reingekommen sind. Und ich sage euch, wie es ist, man kann sich so viele Branchen jetzt anschauen. Online-Marketing-Branchen, ja, Jobshipping, Amazon FBA, name it. Es ist völlig egal. Wenn du dir anschaust, wo diese Leute herkommen, was diese Leute vor 8, 9, 10, 11 Jahren gemacht haben, wirst du feststellen, vielleicht lehne ich mich da jetzt ein bisschen aus dem Zettel, ich wollte erst sagen, 8 von 10 Leuten ist vielleicht ein bisschen viel, definitiv 5 von 10, Wissen von Alex Morton, von Wima, von der Firma und haben damals damit ihre ersten Berührungspunkte gehabt im Business, im Unternehmertum, im sich selbstständig zu machen. So unglaublich viele Menschen. Alex hat damals wirklich so unglaublich viel bewegt und hat dafür gesorgt, dass junge Menschen sich das erste Mal wirklich damit beschäftigt haben, was Eigenes zu machen. Und nicht nur dem ganz normalen Weg nachzugehen, wie es halt 95% der Menschen machen. Alex hat unglaublich viel dazu beigetragen und deswegen hat er auch ein so unglaubliches Ansehen in der Industrie. Egal, ob die Leute bei IAM sind oder ob sie es nicht sind. Schau dir an Break the Code Event beispielsweise letztes Jahr. Er hat dort so viele unglaublich erfolgreiche Menschen hinbewegen können, weil er einfach so ein Ansehen hat. Und da waren unglaublich viele Leute. Die haben früher mal vor 10 Jahren Network Marketing gemacht. Die machen jetzt heute was ganz was anderes. Aber die würden das heute nicht machen, gäbe es Alex Morton damals nicht. Und das ist so erstmal das Grundding, was wir alle verstehen müssen hier, dass wir hier mit Alex Morton wirklich einen Mann haben, den es so einfach kein zweites Mal gibt. Einen Menschen, der so einen Impact in dieser Industrie gemacht hat, gibt es kein zweites Mal. Er hat dafür gesorgt, dass der Altersdurchschnitt drastisch nach unten gegangen ist in dieser Industrie. Dass nicht mehr nur noch 40-Plus-Jährige in dieser Industrie sind, sondern dass plötzlich auch Leute mit 20, 25 anfangen, sich was Eigenes aufzubauen. Und dazu hat Alex halt unglaublich viel einfach beigetragen. Und als ich dann so selber in meinen ersten Monaten war, waren viele Dinge nicht so, wie ich sie mir vorgestellt habe. Ja, ich dachte so, ich kann dadurch die Ränge durchmarschieren. Und es läuft alles, vor allem, weil es am Anfang gut gelaufen ist. So die ersten zwei, drei, vier Wochen sind gut gelaufen. Man konnte den ersten Rang machen, den zweiten Rang machen, den dritten Rang machen. Aber erwartet war jetzt nicht viel, ne? Dritter Rang war damals Goldleader. Das heißt, ich habe 200 Euro verdient. Das war ja dritter Rang, ne? Also, es ist nicht so wie hier dritter Rang per 1.000, du verdienst 1.000 im Monat, ne. Dritter Rang waren vielleicht so 200 Euro oder so. Aber du hast so die ersten Ränge gemacht, wißt du, was ich meine? Aber dann bin ich so richtig ins Stocken gekommen. Und dann ist es so richtig passiert, ich habe noch Screenshots auf meinem Handy, wie du so richtig siehst, wie das Business so von 14 Cycles, das sagt euch jetzt nicht, auf null runtergegangen ist, dann zwei, dann wieder zehn, dann wieder null. Also, man hat richtig gesehen, wie das Business von Monat zu Monat so von hoch und wieder komplett runter und hoch und wieder runter. Und so war das am Anfang so, dass ich im ersten Jahr alleine sechsmal mein Business komplett neu aufgebaut habe. Aber ich bin immer wieder dran geblieben, habe immer wieder neu weitergemacht. Und es gab einen ganz, ganz entscheidenden Grund dafür, und das war der, dass so viele Leute einfach mir gesagt haben, dass das nicht richtig ist, was ich mache. und mich einfach dafür, das Kind bei Mom, mich dafür fertig gemacht haben, mich dafür ausgelacht haben, mich dafür gemobbt haben in der Berufsschule und sonst was, Mr. Business genannt. Und halt die ganze Zeit einfach, ja, sich darüber einfach lustig gemacht, das Ganze ins Lächerliche gezogen. Aber genau das hat mir genau das gegeben, was ich gebraucht habe, um niemals aufzugeben. Weil ich wusste, wenn ich aufgebe, haben die alle recht. Easy as that. So, das heißt, gerade für die Leute von euch, die in dieser Situation sind, nehmt das als Push. Wenn du aufgibst, haben die alle recht. Du wirst es niemals aufgeben. So, die können dir ganzes Leben lang mit dem Finger auf dich zeigen und sagen, ja, du hast immer noch nicht und so, aber du bist immer noch dran. Du bist immer noch dran, du hast nicht aufgegeben. Aber in dem Moment, wo du aufgegeben hast, haben die alle recht. Und genau das wollte ich nie jemandem geben. Ich wollte nie jemandem so dieses Gefühl geben, ich wusste es doch und habe einfach immer weitergemacht und weitergemacht und weitergemacht. Das ist schon lustig. Ich habe irgendwann dann mal, ich war jetzt gerade vor zwei Wochen ungefähr, bei meiner, wegen meiner Oma, die hatte ihren 80. Geburtstag und dann war ich in dem Ort, wo ich aufgewachsen bin, in Österreich. Und habe da auch wieder meinen einzigen damals wirklichen Freund, den ich so hatte, der auch mein Nachbar war, damals getroffen wird oder halt wieder gesehen auch da. Und das ist ganz lustig, weil der hat mir mal vor ein paar Jahren eine Nachricht geschrieben, die ich unglaublich lustig fand. Und zwar war das am 3. März 2018. Das heißt, das war drei Jahre, nachdem ich mit Network angefangen habe. Drei Jahre später. Ich war bereits bei IAM zu dem Zeitpunkt. Seit dem Zeitpunkt war ich ein halbes Jahr bereits bei IAM. Und ich bin zu dem Zeitpunkt, der 3. März, das müsste so kurz bevor ich Chairman gegangen bin. Das war so P5 wahrscheinlich gerade. So P2, P5 kurz vor Chairman. Ich bin ja von P2 auf Chairman damals in sechs Wochen. Deswegen, ich kann es nicht genau einordnen. Aber irgend so was in dem Drehpunkt. Und er schickt mir damals so, hey, ich habe deine Nummer nicht mehr. Gib sie mir mal. Und er schickt mir dann ein Foto und schreibt dann so, der rechts wäre gewaltig für dich. Also so gewaltig quasi, der wäre super für dich zum Diskutieren. Er sagt, er ist ein Unternehmer, aber er sagt keine Branche. Und dann sucht er sich jemanden, der wäre super für dich zum Diskutieren. Null Plan der Mensch, aber mit dem hättet ihr Spaß. Das Geile ist, sie erzählen irgendwas und dann sagen sie, wie hart sie arbeiten und dann erzähle ich ihnen von dir und gefühlt, jeder kennt dich. Und auf einmal haltet jeder sein Maul und keiner fährt mehr den Bentley und den Maserati. Also bleib dran, Homie, und bummst die Wannabes. So, das schreibt er mir drei Jahre, nachdem ich mit Network gestartet bin, wo ich mir so dachte, das ist schon verrückt so. Weil zweieinhalb Jahre, nachdem ich gestartet bin, habe ich immer noch mitgekriegt, so wie sie sich immer noch lustig gemacht haben. Und du dann einfach so diese Phase, dann merkst du, dass Leute sich einfach lustig machen, am Anfang über dich, bis sie plötzlich Respekt für dich bekommen. Und jetzt mittlerweile war es dann auch mal so, vor einigen Jahren, wo ich mit meiner Mom dann auch mal so durch den Ort durchgelaufen bin, wo ich aufgewachsen bin, mir selber ist das gar nicht aufgefallen. Ich habe mich einmal gefreut, dass ich mit meiner Mom Zeit verbringen konnte. Aber sie meinte so, es ist verrückt, wie die dich hier alle anschauen. Ich meine, was meinst du? Sie so, kriegst du das nicht mit? Ich so, nee, gar nicht. Aber ihr ist das aufgefallen, so, dass mich ein paar Leute so angeschaut, geredet haben, auf mich gezeigt haben und so, weil ich halt ein paar Jahre lang einfach nicht mehr zu sehen war und plötzlich auf einmal wieder mit meiner Mama da so durchs Dorf gelaufen bin und die mich trotzdem alle immer verfolgt haben auf Instagram. Ich habe sie in den Views immer gesehen. Ich habe immer deren Namen gesehen. Ich habe immer geguckt und halt gesehen, wie die geguckt haben und die Storys immer noch geschaut haben. Und deswegen will ich euch das so ein bisschen mitgeben, Leute. Es war bei mir nichts anderes. Es hat drei Jahre im Endeffekt gedauert, bis dann so halbwegs scheinbar dann mal der Respekt dafür da war. Aber Nachrichten von den Leuten dann mit, hey, krass, ich hätte niemals gedacht, dass du es wirklich durchziehst und schaffst oder so, sowas gab es nie. Ja, erwartet ihr das nicht. Das wird niemals kommen. Die Leute werden niemals so sehr über ihr Ego stehen, dass du so eine Nachricht kriegst. Das wird es nicht geben. Aber alleine diese Nachricht damals von ihm so zu kriegen, war schon so, das hat mir so einen inneren Seelenfrieden gegeben, weil ich so wusste, so alter, krass, das hat drei Jahre gedauert, aber so langsam, so langsam haben sie es geschnallt, dass sie nicht recht hatten. Und das war für mich so der größte Antrieb einfach, den allen quasi zu zeigen, dass sie nicht recht haben. Und das hast du selber in der Hand. Ich hatte es in der Hand. Du hast es für dich selbst in der Hand. Das war ein ganz, ganz, ganz wichtiger Punkt auf jeden Fall. Und dann sind die ersten zweieinhalb Jahre vergangen, wo ich im Network war. Ich habe Forex Trading mittlerweile schon kennengelernt und dann haben wir IAM kennengelernt. Und zu dem Zeitpunkt, wo wir IAM gestartet haben, Leute, da dachte ich mir nicht, dass wir wirklich IAM starten werden. Ich konnte mir nicht vorstellen, dass IAM wirklich mir jetzt das geben wird, was ich im Network gesucht habe, weil ich zu dem Zeitpunkt gerade, das war 2017 Mitte, 2017 komplett abgefuckt von der Industrie war. Weil ich zu viel in diesen zweieinhalb Jahren gesehen habe. Sehr, sehr, sehr viel Fake-Bullshit. Leute, die einfach nur von Deal zu Deal gesprungen sind, Leute mitgenommen haben und so weiter. Und es ist einfach viel zu viel Bullshit. Und vor allem die Firma hat nicht mehr das gemacht, was sie am Anfang gemacht hat. Am Anfang hat die Firma, mit der wir damals gearbeitet haben, Leuten beigebracht, wie Trading funktioniert. Irgendwann war alles voll automatisiert. Funktioniert ein halbes Jahr. Danach gehen alle Konten platt. Jetzt stell dir mal vor, du hast 400 Kunden auf einem automatisierten Trader und der kracht komplett rein. 90% Verlust an einem Tag. Was machst du? Du hast 400 Autoships drauflaufen. Wie viele hast du nächsten Monat noch drauflaufen? Keine 400 mehr, kann ich dir sagen. Und es hat keinen Spaß gemacht. Und aus dem Grund, ich dachte auch nicht, dass IAM jetzt das genau ist. Sage ich euch ganz ehrlich. Als Richard mich angerufen hat und gesagt hat, wir checken IAM aus, war ich ganz, ganz skeptisch. Aber wir haben den Flug gezahlt bekommen nach Amerika. Den geschenkten Flug nach Amerika nimmst du mit. Also bin ich rüber geflogen, um mir das Ganze einfach mal anzuschauen. Und als ich Chris kennengelernt habe, Leute, war das einfach verrückt. Weil das null das war, was ich erwartet habe. 0,000. Chris hat über seine Erfahrungen gesprochen. Er hat darüber gesprochen, wie er Trading kennengelernt hat, wie er selber an die Wall Street gekommen ist. Er hat die ersten 3, 4 Jahre Go Live gemacht, Leute. Nur Chris. Es gab die ersten 3, 4 Jahre niemanden. Da gab es keine 100 plus Educator. Da gab es Christopher Terry, unserem CEO, als einzigen Educator, der 3, 4 Mal die Woche online gegangen ist und auf iMarkets Live TV, so hieß es damals noch, vor Go Live, geteacht hat an den Charts. Chris selbst. Weil das einfach seine große Leidenschaft war. Und er deswegen die Firma auch gegründet hat. Bis es dann halt irgendwann größer und größer wurde. Und er dann nicht mehr an dem Punkt gebraucht wurde. Und das machen konnte, was ein CEO halt macht. Nämlich im Hintergrund zu sein. Und das Ding ist, als wir Chris dann kennengelernt haben, als wir die ersten 2,5 Stunden mit ihm Meeting hatten und er uns so ein bisschen durch seine Story durchgeführt hat, meinte er, er muss jetzt zu einem dringenden Meeting mit Anwälten. Das wird 2, 3 Stunden dauern. Es war 17 Uhr oder so ungefähr. Oder 15, 16 Uhr gewesen. Der Nachmittag auf jeden Fall. So, und er sagt, was mache ich jetzt mit euch bis abends? So, habt ihr alle Badehosen dabei? Wir haben uns bei ihm getroffen. Das war so in Las Vegas. Hälfte Hotel, Hälfte Apartments. So, ne? Und ein Pool-Area. Er hat ein Apartment dort. Oder hatte, ich glaube, hat er gar nicht mehr das dort. Aber was weiß ich. Chris hat so viele... Immobilien ist sein Nummer 1 Ding. Also, Immobilien ist crazy bei Chris. Und auf jeden Fall sagt er dann so, habt ihr alle Badehosen dabei? Weil wir saßen alle mit Hemd und langer Hose. Wollte Rich damals so. Der meinte, wir treffen uns mit dem CEO. Ihr zieht euch gut an. Wahnsinn, ne? Weil ein paar kamen mit kurzen Hosen. So, es war Las Vegas, 35 Grad. Wissen Sie, ich meine? Naja, wir so, nö, wir haben keine Badehosen dabei. Er so, oh Gott. Dann kommt mal mit. Dann geht er mit uns zum Hotelshop und kauft Badehosen für jeden Einzelnen von uns. Aber wir waren halt so 15, 17, 15, 16, 17, 18 Leute, sowas. Und Badehosen waren halt auch keine 12,50 Dollar oder so, sondern die haben 90 Dollar pro Stück gekostet. So ein paar von uns haben sich noch Käppis genommen. Am Ende, ich weiß so, er hat mir das irgendwann mal erzählt, wo Eis ist. Und eine Frau zu ihm, so als sie mal die Hotelrechnung gesehen hat, so meinte so, what the fuck, Chris, what did you do there? Weil er irgendwie 2000 Dollar ausgegeben hat im Hotelshop. Und sie so, für was hast du 2000 Dollar ausgegeben? Er so, it was for the Germans. They needed some swim shorts and caps and shit like that. So dann hat er fast 2000 Dollar ausgegeben, nur dafür, dass wir ein bisschen baden konnten. Ich meine, dass er 2, 3 Stunden sein Meeting machen konnte und wir nicht einfach nur blöd in der Pool Area gesessen sind. Und das war schon sehr krass zu sehen, so wie Chris da einfach auch, das hätte ihm ja auch egal sein können. Ich meine, er hätte auch einfach gehen können, ohne darüber überhaupt nachzudenken, ob wir Badehosen dabei haben und einfach davon ausgehen, dass wir eh alle Wechselklamotten dabei haben. Aber nee, so man hat von Anfang an gemerkt, so der Mann, der interessiert sich für die Menschen. So der Carrot, der denkt mit so, der ist nicht nur in seiner eigenen Welt und in seinem eigenen Film drin. Und er hat einfach von Anfang an überzeugt, Chris, von Tag 1 weg. Und ich bin unglaublich dankbar dafür, dass wir uns damals dafür entschieden haben, mit Chris zusammenzuarbeiten und den Weg zu gehen. Und das war 2017, Leute. Und seitdem sind 6 Jahre vergangen. Seitdem ist Krypto mit dazugekommen, was wir davor nicht hatten. Social Media dazugekommen, was wir davor nicht hatten. E-Commerce dazugekommen, was wir davor nicht hatten. Personal Development dazugekommen, was wir davor nicht hatten. Travel dazugekommen, was wir davor nicht hatten. Und vor allem unglaublich viele Tools innerhalb des Forex-Bereichs, die es alle nicht gab. Harmonix Scanner, so hieß er damals noch, der Harmonix, war das Einzige, was es damals gab, was es heute auch gibt. Ich glaube, Swipe-Trades gibt es mittlerweile gar nicht mehr. Swipe-Coin haben wir mittlerweile, gab es damals auch nicht, als wir gestartet sind. Das ist kurz danach, ein paar Wochen später erst dazugekommen. Das heißt, es hat sich unglaublich viel entwickelt, einfach über diese 6 Jahre, jetzt mittlerweile 6,5 Jahre fast schon, seitdem ich bei IAM bin. und dann war von einem halben Jahr die große Chance, die Möglichkeit, einen Schritt zu machen, den ich mir so wahrscheinlich vor ein paar Jahren nicht hätte denken können, weil ich habe ja immer davon gesprochen, so wie toll das alles ist, diese Freiheit zu haben und einfach selber bestimmen zu können, selber alles machen zu können. Aber jetzt mittlerweile ist es nicht mehr so, Leute. Wisst ihr, was ich meine? So, wenn Sophie oder Ali jetzt heute um 21 Uhr zum Beispiel, keine Ahnung, den Call nicht hätten machen wollen und dann hätten sie ihn nicht auf 21 Uhr gelegt, wisst ihr, was ich meine? Dann hätten sie ihn auf was anderes gelegt und hätten sich die Uhrzeit selber ausgesucht, aber ich kann mir meine Uhrzeit nicht mehr aussuchen. So, wenn Jason um 16 Uhr sagt, so, hey, ich brauche euch um 20 Uhr alle, dann ist egal, ob ich um 20 Uhr schon irgendwas mit Lea ausgemacht habe oder so, dann muss das halt, wisst ihr, ich meine, dann später und dann um 20 Uhr bin ich auf dem Corporate Call mit Jason. Was ich euch damit sagen will, ich habe, als ich diesen Move gemacht habe, habe ich mir sehr viele Gedanken darüber gemacht, weil ich wusste, dass dadurch sehr viel von der Freiheit, die ich damals noch hatte, vor einem halben Jahr, jetzt einfach nicht mehr da sein wird und sie ist nicht mehr da. Es ist ganz anders, wisst ihr, ich meine, ich kann mir nicht mehr aussuchen, wann ich die Calls habe, so, ich werde gezahlt dafür, dass ich dann und dann und dann da bin, wisst ihr, ich meine, und diese komplette, hundertprozentige Freiheit ist nicht mehr da. Ich bin nicht angestellt jetzt, aber ich bin immer noch auf selbstständiger Basis, aber trotzdem, wisst ihr, ich meine, es ist nicht mehr dasselbe, wie IBO zu sein, unabhängiger Geschäftspartner zu sein und der Grund, warum ich das aber gemacht habe, Leute, und das ist auch das, was ich euch mitgeben will, weil das ist, sage ich euch, mein großes, wenn es ein Geheimnis gibt, jeder will immer den Juice, jeder will immer das große Geheimnis und so weiter, wenn ich eine Sache runterschränken müsste, warum ich heute da stehe, wo ich stehe, dann wäre es Verantwortungsbewusstsein. Verantwortungsbewusstsein ist der große, große, große Begriff und ist das, was du dir ganz, 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 ganz dick aufschreiben musst. Verantwortungsbewusstsein ist das, was ich von Anfang an für mein Business hatte, für die Menschen um mich herum, für mein Business und einfach, um das Ganze voranzubringen und das ist auch der Grund, warum ich dann vor sechs Monaten diesen Schritt gemacht habe. ich habe mir fünf Punkte überlegt, die für mich wichtig waren, die für mich glasklar so sein mussten, dass ich gesagt habe, hey, ich sehe das in zehn Jahren, dass IAM immer noch da ist, aus diesen fünf Gründen. Der erste Grund dafür ist CEO, Geschäftsführer, ist das erste, was ich mir darüber Gedanken gemacht habe, das ist das Wichtigste in dem Unternehmen erst mal und da haben wir, ich habe über Chris gerade schon genug erzählt, so muss ich euch nicht noch mehr sagen, so Chris ist unglaublich, Chris ist vor allem ein großer, großer Visionär, was uns zum zweiten Punkt Vision bringt, das ist das Nächste, was ist die Vision der Firma und Chris' Vision ist, die größte E-Learning-Plattform der Welt zu kreieren und die größte E-Learning-Plattform der Welt bedeutet, dass es keine gibt, die größer ist als IAM, also das ist ein sehr, sehr, sehr großes Ziel für eine E-Learning-Plattform, wo du online lernen kannst, weil es gibt sehr, sehr viele E-Learning-Plattformen, wir wollen die größte werden, so das ist die Vision von Chris, also unglaublich groß, vor allem dann bringt uns das zu den nächsten Punkten, nämlich das ist, wie werden wir das Ganze schaffen über die Produkte, das ist Punkt Nummer drei, Produkte und da sehe ich einfach, ich habe euch gerade schon gesagt, was allein in den letzten sechs Jahren passiert ist, ich weiß, woran Chris gerade arbeitet, ich weiß, woran Ari vor allem arbeitet, ihr werdet ein bisschen was davon auf der Convention in Budapest sehen, Leute, ihr werdet für die Leute, die von euch in Budapest sein werden, ihr werdet Teil von diesem Launch sein, ihr werdet Teil davon sein, wenn ein völlig neues Produkt mit an den Start geht und ihr dürft mitbestimmen, wie es an den Start gehen wird, aber nur die Leute, die vor Ort sind in Budapest, also freut euch darauf, sprich auch was Produkte angeht, war für mich einfach unglaublich gutes Gefühl so, weil ich weiß, woran wir jetzt schon arbeiten, die Vergangenheit zeigt ja auch immer sehr, sehr viel über die Zukunft und vor allem Chris hat eine ganz, ganz klare, kommen wir wieder zu Punkt zwei, Vision für die Produkte eben und vor allem für sein Produkt, woran er arbeitet, das bringt uns zu Punkt Nummer vier, das ist das Corporate Team, die Leute innerhalb der Firma, wie eine Ari, die ich gerade angesprochen habe, Menschen, die wir einfach bei uns haben, die unglaublich, un-unglaublich viel geleistet haben, jemand, der unglaublich viel geleistet hat und auch leider jetzt nicht mehr unter uns ist, ist Kyle, der extrem viel wirklich gemacht hat für IAM und wo ich, wo ich ganz ehrlich immer noch sage, so für mich völlig surreal, so darüber, ich habe das noch nicht so ganz begriffen, Kyle ist ein großer Mentor für mich, immer gewesen, seitdem ich ihn kennengelernt habe, unglaublich viel von ihm lernen dürfen und das hat mich wirklich extrem, extrem mitgenommen, mit Kyle, aber er ist ein so unglaublich und deswegen erwähne ich ihn auch, auch wenn mir das ein bisschen schwerfällt, so über ihn generell zu reden, weil ich habe das noch nicht so ganz überwunden, verarbeitet, wie auch immer, aber er hat es einfach verdient, sein, dass man ihn auch erwähnt, weil Kyle hat so unglaublich viel für IAM getan und IAM wäre heute nicht da, wo es heute ist, das hätten wir Kyle nicht, aber er hat eben mir auch sehr, sehr viel beibringen dürfen und auch anderen Leuten, wie Daniel Lopez oder auch einem Risaldo, die jetzt in seinen Ehren weiter diese Position auch irgendwie aufgreifen, könnt ihr euch vorstellen, ist auch für das Team bei IAM ein großer Schlag gewesen, so jemanden wie Kyle zu verlieren, aber er hat unglaublich viel gemacht für IAM und er hat die Bausteine dafür gelegt, dass wir die größte E-Learning-Plattform der Welt werden können, dass wir in den nächsten Jahren noch viel, viel, viel krassere Produkte rausbringen können und er hat vor allem auch dafür gesorgt, dass das Corporate Leadership Team, Jason hat auch sehr, sehr viel dafür vor allem getan über die letzten zwölf Monate, dass das Team innerhalb von IAM auf einem ganz, ganz neuen Level ist und dann kommen wir zu Punkt Nummer 5 und das ist das IBO Leadership. Das ist Matt Rosa, Alex Morton, Menschen, die es so kein zweites Mal in dieser Industrie gibt und als ich mir diese fünf Punkte eben angeschaut habe, war für mich ganz klar, okay, das sind fünf Gründe für mich zu sagen, hey, diese Firma wird in zehn Jahren noch viel krasser sein, als sie es heute schon ist und ich wusste irgendwo, es gibt keinen anderen, der diesen Job übernehmen kann, der mir da angeboten wurde. Ich habe das Verantwortungsbewusstsein, das zu machen, also habe ich es gemacht und ich werde dafür sorgen, dass wir in den nächsten Jahren für vor allem auch den deutschsprachigen Markt hier noch viel, viel, viel mehr genau die Dinge kriegen, die wir brauchen, dass innerhalb von IAM genau die Dinge entschieden werden und genau die Entscheidungen getroffen werden, die ihr auch sehen wollt, wo die Dinge gemacht werden, die ihr braucht, weil genau aus dem Grund hat Jason dieses Field Development Team ins Leben gerufen und er hat es sogar erweitert, das wisst ihr noch gar nicht, aber das werdet ihr wahrscheinlich auf der Convention dann auch sehen. Das Team wurde sogar noch erweitert um es noch besser zu machen, vor allem dann auch für die Kunden, vor allem dann auch, was die Produktseite und so weiter angeht und auch vor allem dem IBO Leadership, den Chairman, den Platinum 5000 und so weiter noch mehr damit zu helfen, die Produkte von IAM wirklich richtig zu nutzen innerhalb des Teams. Da haben wir auch sehr, 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 sehr viele Pläne dafür, Leute und einiges dafür werdet ihr auf jeden Fall in Budapest sehen. Freut euch darauf. Ich habe es schon gesagt, ein Geheimtipp, den ich euch geben kann, Leute, ist das VIP-Ticket. Das ist ein 99 Euro Aufpreis, wo ihr nicht nur besseres Sitzen habt, nicht nur ein professionelles Fotoshooting, um diese professionellen Bilder zu haben mit weißem Hintergrund und so weiter, nicht nur, was ist da noch alles dabei? Da sind noch ein paar Sachen dabei, aber wisst ihr, was das aller, aller krasseste ist, was da dabei ist? Das Platinum 5000 in der BAF Leadership Training von Alex Morton und Matt Rosa. Und es ist, für einen P5, es ist genauso wie bei einem Chairman. Chairman wirst du nicht, indem du Chairman wirst, Chairman wirst du, indem du Chairman bist. Platinum 5000 gehst du nicht, indem du Platinum 5000 gehst, sondern indem du Platinum 5000 bist. Und wie bist du einer? Indem du genau den Content bekommst und das Training bekommst, was ein Platinum 5000 bekommt. Und das ist genau das, was wir allen VIPs dieses Mal zur Verfügung stellen werden. Genau, es gibt noch ein Backstage-Tour und so, da seht ihr mal so hinten im Backstage und so weiter, wie das alles abläuft, die Produktion und so weiter. Also auch ganz, ganz interessant. Aber das ist noch so ein kleiner Geheimtipp, den ich euch mitgeben kann für die Budapest Convention, Leute, weil das P5 in der BAF Training mitzunehmen, ich glaube, die 99 Dollar sind es alleine dafür schon wert, das machen zu können. Weil ich viele Fragen bekomme bezüglich Translation und so weiter, die ist völlig gratis. Ihr müsst nichts für Übersetzungen zahlen. Falls ihr dafür gezahlt habt, kriegt ihr einen Chargeback, also kriegt das Geld wieder dafür zurück. Ihr müsst euer Smartphone mitnehmen, eure Kopfhörer mitnehmen und könnt das Ganze dann bequem von eurem Smartphone aus machen. Es gibt Powerbanks vor Ort, die ihr kaufen könnt, falls ihr eine braucht. Es wird kostenloses WLAN geben vor Ort, was zur Verfügung gestellt wird für die Translation. Das Ganze wird mit AI translated, also mit künstlicher Intelligenz, mit KI. Ich habe selber mir die KI anschauen dürfen, live, wo einfach auf Englisch gesprochen wurde und dann stand da auf Deutsch das dran, was halt eben da dran steht. Ihr könnt es dann lesen, ihr könnt es euch aufs Ohr geben lassen. Also freut euch auf jeden Fall drauf. Die KI ist wirklich unglaublich präzise und wird euch sehr, sehr viel Spaß auf jeden Fall bereiten auf der Convention. Ich freue mich da schon sehr auf das Feedback, wie das auf jeden Fall sein wird. Und ansonsten heute haben wir noch das Alex Morten-Event, was direkt im Anschluss stattfindet und wo, weil ich vorhin auch gelesen habe, wann gibt es dazu mehr Informationen. Das Event wird in Offenbach stattfinden, Leute. Und wenn ich Offenbach sage, dann könnt ihr euch vielleicht schon die Location vorstellen und könnt euch vielleicht schon vorstellen, wo das Ganze sein wird. Es wird ein Schmankerl, kann ich euch sagen. Marvin hat keine Kosten und Mühen gescheut, hat wochenlang das sein Bestes gegeben, um eine wirklich unglaubliche Location für dieses Event auf die Beine zu stellen. Und er hat es geschafft. Er hat die, wie ihr es schon im Chat gelesen habt, die Stadthalle Offenbach für dieses Event geklärt. Und die Tickets werden surprise, surprise vor oder nach Budapest gedroppt. Nobody knows. Ihr werdet sehen. Surprise, surprise, wann die Tickets kommen. Ihr werdet die Infos auf jeden Fall rechtzeitig bekommen. Da müsst ihr euch keine Sorgen machen. Aber wer weiß, wer weiß. Ein paar Munkeln, es wird danach sein. Ein paar Munkeln, es wird davor sein. Stay tuned, wann die Tickets kommen, Leute. Aber das wird sehr, sehr krass. Das wird unsere kleine Europa-Mini-After-Convention werden, was vor allem ein perfektes Follow-up-Event wird für die Leute, die in Budapest sein werden. Das sage ich euch jetzt schon. Klar, für die, die nicht da sein werden, ist es ein Minimum, zumindest dort zu sein. Aber vor allem ist dieses Event für die Leute gedacht, die in Budapest sind, um damit ein wirklich unglaubliches Follow-up-Event zu haben, um dafür zu sorgen, dass dieses ganze Excitement, diese ganze Energie und alles, was du in Budapest bekommst, wirklich gestretched wird. Weil wenn du ein Event nochmal von diesem Ausmaß direkt danach hast, du kannst gar nicht mehr anders, als die nächsten vier Monate komplett excited zu sein und nur noch zu rennen, zu rennen, zu rennen. Und guess what? Dann haben wir den nächsten großen Hasen für dich. Aber dafür, darauf, da werdet ihr auf jeden Fall noch mehr sehen. Wir haben einiges noch geplant für euch dieses Jahr, Leute. Freut euch auf jeden Fall drauf. Ich bin sehr, 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 sehr excited. Auch unglaublich dankbar für Marvin und für Ilja, für deren Leadership und für alles, was die machen. Im Hintergrund auch vor allem, was ihr gar nicht so mitbekommt. Lea, wir müssen nicht drüber reden, jeder, der von euch mit den Liedern mit Lea arbeitet, sie ist der größte Segen. Ich wäre am Arsch, hätte ich sie nicht. privat sowieso, aber auch beruflich. Wir wären alle aufgeschmissen ohne Lea. Was die jeden Tag macht und was die an Problemen jeden Tag löst, ich weiß gar nicht, wie die das alles macht. Es ist wirklich absolutes Blessing einfach, so Leute jetzt in der Firma zu haben und vor allem für euch solche Leute am Start zu haben. Vielen, vielen Dank nochmal an Ali und auch an Sophie für die Einladung, auch an Finn natürlich. Und damit gebe ich das Wort wieder zurück an euch beide. Freue mich auf jeden Fall euch alle in Budapest zu sehen, Leute. Wie gesagt, nutzt die Möglichkeit auf VIP-Ticket zu upgraden und ansonsten denkt daran, dass diesen Freitag die letzte Möglichkeit ist, um Geld auf Scredded Wallet zu transferieren. Das heißt nicht, dass am Freitag die letzte Möglichkeit ist, Tickets zu kaufen, sondern am Freitag ist die letzte Möglichkeit, Geld zu transferieren, damit IAM, weil das dauert ja ein paar Tage, bis das Geld bei IAM ankommt und dann muss IAM das noch auf Scredded Wallet verbuchen und dann musst du ein Ticket kaufen. Und damit du dafür noch genug Zeit hast vor dem Event, ist diesen Freitag der letzte Tag, wo du Geld von deinem Bankkonto aus wegschicken kannst. Deswegen ganz wichtig, damit wir da genug, weil ansonsten können wir nicht gewährleisten oder versichern, dass das Geld rechtzeitig verbucht wird auf deinem Credit Wallet. Diesen Freitag, der letzte Tag, nutzt es auf jeden Fall, nutzt die 10 plus 4 Bundle-Aktion, Leute. Tut euch mit 14 Leuten zusammen, das sind 204 oder 208 Dollar, ich glaube 204 Dollar pro Ticket dann im Average, das sind weniger als 200 Euro. Ich glaube, Flüge und so kosten 35 Euro teilweise nach Budapest. Unterkünfte gibt es für 20, 30 Euro pro Nacht. Also das ist wirklich die günstigste Convention, die man überhaupt irgendwie mitnehmen kann, Leute. Und mit dem, was wir dort vorbereitet haben, wirst du definitiv dir mehr als in den allerwertesten beißen, falls du nicht dabei sein solltest. Damit auf jeden Fall gebe ich das Wort wieder zurück an Ali und an Sophie. Vielen Dank. Bis dann, Leute. Wir sehen uns im Budapest. Let's go. Yes, Maurice. Vielen, vielen Dank. Wow. Leute, ich freue mich, dass ich ein Ticket habe. Ich freue mich, dass fast jeder auf jeden Fall geplagt ist mit Ticket. Ich glaube, bei Sophie, bei dir sieht es ähnlich aus. Ich bin einfach nur sprachlos, was Maurice auch gerade gesagt hat. Diese Punkte.